Ja, einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zum letzten Abend von Weltengeschichte. Wir haben vier Wochen lang die gesamte Weltgeschichte, ja die Weltengeschichte versucht einmal zu skizzieren und ich glaube jeder der dabei war hat gemerkt, es waren nur ein paar Skizzen, die wir machen konnten. Man hätte an so vielen Stellen so viel mehr sagen können, aber dann hätte es noch viel mehr Monate gedauert und das überlassen wir dann dem persönlichen Studium. Wir haben zwei interessante Fragen bekommen, die ich gerne kurz hier besprechen würde. Die erste Frage, was geschieht mit Christen, die die dreifache Engelsbotschaft ablehnen? Gott ist doch Liebe, nicht wahr? Oder gibt es für sie dort eine Gefahr? Sehr gute Frage. Und dahinter steckt eigentlich eine andere Frage, eine prinzipiellere Frage, nämlich wie viel muss ich eigentlich wissen, um Erlös zu sein? Was ist sozusagen das Level, das ich wissen muss? Die Antwort ist relativ simpel, zunächst einmal und dann doch sehr herausfordernd. In Johannes 3 und dort Vers 16, ganz bekannter Vers und jeder Christ kann den meisten sogar rückwärts. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Bibel sagt, es gibt ganz genau eine einzige Bedingung für ewiges Leben und das ist Glaube. Nun die Tatsache ist aber, dass wenn ich etwas, wenn ich glaube, dann muss ich etwas glauben. Ja, wenn man nichts weiß, kann man auch nichts glauben. Glaube ist immer der Glaube an etwas, an jemanden. Das bedeutet also, es gibt schon etwas, was ich glauben soll, aber es ist nicht der Inhalt dieser Lehre, als vielmehr meine Einstellung dazu, der Glaube, der entscheidend ist. Um es anders zu formulieren, es gibt ja immer dieses schöne Wort von den heilsentscheidenden Dingen, von einer Heilsfrage, einer Seligkeitsfrage. Dann wird dann immer gefragt, ist das jetzt wichtig für die Erlösung oder nicht? Muss man den Sabbat halten oder nicht? Muss man auf diese Speise verzichten oder nicht? Ist es wichtig, den Zustand der Toten zu erkennen? Ja oder nein? Sind das Seligkeits-, sind das Erlösungsfragen? Ich würde gerne die Frage andersrum stellen. Ist die Lehre vom Kreuz eine Seligkeitsfrage? Muss ich wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um gerettet zu werden? Ich würde fast versucht sein, eine Umfrage jetzt zu machen, aber wir lassen es mal. Tatsache ist, 4000 Jahre lang hat kein Mensch gewusst, dass Jesus am Kreuz sterben wird und trotzdem werden sehr, sehr viele Menschen aus diesem Zeitalter im Himmel sein. Das heißt, wir würden uns wundern, wer alles im Himmel sein wird, mit wie wenig Wissen. Der Paulus spricht im Römerbrief davon, dass Menschen, die von der Bibel, von dem Gesetz Gottes keine Ahnung gehabt haben, trotzdem gerettet werden können, wenn sie das wenige, was Gott ihnen offenbart hat, durch den Heiligen Geist, durch die Natur, wenn sie das tun. Ja, in Vers 2, Vers 14, wir nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Also Gott ist weniger daran interessiert, dass wir eine bestimmte Reihe von Glaubenspunkten lesen, verstehen und bejahen, sondern vielmehr, dass wir seinen Charakter widerspiegeln. Nun, wenn wir das gesagt haben, kommt ein nächster Punkt dazu. Wenn Gott Liebe ist und er möchte, dass wir Liebe sind, dann ist die Frage, was sollen wir lieben? Klar, wir würden sagen, wir sollen Gott lieben. Und Jesus sagt, wer er ist. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir also Gott lieben, müssen wir das Leben lieben, denn er ist Leben. Das ist erstmal relativ klar. Die wenigsten Menschen hassen das Leben. Wir alle möchten gerne leben. Wir möchten am liebsten auch ewig leben. Der zweite Punkt ist, wenn Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann bedeutet Liebe zu ihm auch Wahrheit zu lieben. Das entscheidende Kriterium für die Erlösung ist nicht so sehr die Menge des Wissens über Wahrheit, das ich habe, sondern vielmehr die Liebe zur Wahrheit. Der Paulus schreibt im zweiten Thessalonienbrief, dass Menschen verloren gehen, weil sie keine Liebe zur Wahrheit haben. Jemand, der Jesus liebt, hat Liebe zur Wahrheit und wann immer Wahrheit über seinen Weg kreuzt, ob von links oder von rechts, von oben oder von unten, wann immer sie über den Weg hoppelt, dann wird er dieser Wahrheit folgen wollen. Das ist ein ganz entscheidendes Prinzip. Wenn ich also wenig weiß und ein bisschen mehr Wahrheit meinen Weg kreuzt, bin ich froh darüber und möchte gerne folgen, weil ich Jesus liebe. Wenn ich schon sehr viel weiß und glaube, es gibt nichts mehr zu wissen auf diesem Planeten und plötzlich kommt eine Wahrheit, die mir unangenehm ist, dann ist Liebe zu Jesus auch Liebe zur Wahrheit. Und dann, wenn Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann ist Liebe zu Jesus auch Liebe zu dem Weg. Das heißt nicht nur Liebe zu dem ewigen Leben, sondern auch Liebe zu dem Weg, den Jesus uns zeigt. Und wenn Jesus uns zeigt, der beste Weg, das ewige Leben zu finden, ist diese Gedanken zu denken und diese Idee über Gott zu haben und dieses Gebot zu halten und sich vielleicht auch davon fernzuhalten, dann wird Liebe zu Jesus ihm das glauben. Und wenn man die drei Engel in Offenbarung 14 liest und studiert, wir werden gleich noch mal kurz darauf eingehen, dann wird man feststellen, jeder, der Jesus wirklich liebt, wird froh sein, über was dort steht. Vorausgesetzt, dass man es richtig und so versteht, wie Gott es gemeint hat. Es kann sein, dass man manchmal die Dinge hört und sie gar nicht richtig versteht. Kein Mensch geht verloren, weil er einen Bibeltext gehört hat und ihn nicht verstanden hat. Es kommt oft vor, dass wir Bibeltexte lesen und sie nicht verstehen. Und Gott wird uns nicht danach richten und sagen, du hast aber den Zephania-Text gelesen, du hast den nicht beachtet. Ich habe nicht gewusst, was das bedeutet. Aber es gibt genügend Dinge in unserem Leben, sei es durch die Natur, sei es durch die Beziehung, die wir gepflegt haben, sei es durch Worte Gottes, die wir in der Bibel gelesen haben, genügend Dinge, die wir wissen konnten. Und die Tatsache ist, wir kämpfen meistens mit den Dingen, die wir schon wissen, nicht mit den Dingen, die wir noch wissen könnten. In diesem Sinne würde ich also jeden, der vielleicht sagt, auf morgen 14 drei Engelsbotschaft ist mir neu, unbekannt, einfach mal ermutigen, sich Zeit zu nehmen und diese Dinge mal gründlich zu durchdenken. Vor allem darüber zu nachzudenken, was diese drei Engel über den Charakter Gottes zu sagen haben. Gott hat nicht den Wunsch, dass wir uns einfach mit mehr prophetischen Daten beladen und dann denken, jetzt haben wir es, sondern dass wir in den Ereignissen, die man nicht nur sagen muss, Gott ist die Liebe, sondern durch die Lehrpunkte auch immer besser versteht, dass er wirklich Liebe ist und zwar in jedem einzelnen Punkt. Ich glaube, vielen Christen geht es so, dass sie zwar intellektuell verstehen, Gott ist die Liebe, aber dann aufgrund bestimmter Lehren, wie zum Beispiel der ewig brennenden Hölle oder anderen Dingen, irgendwo ihre eigenen Zweifel daran haben oder das vielleicht dann ein verzerrtes Bild von Gott haben. Und in dem Sinne, glaube ich, ist es gut und wichtig, die drei Freie Engelsbotschaft zu lesen und zu studieren. Und jeder, der Jesus liebt, wird dieser Wahrheit gerne folgen. Zweite Frage und die hat mich ehrlich gesagt sehr bewegt. Gab es wahrscheinlich der jüngste Fragesteller, den wir gehabt haben hier bei der Weltengeschichte. Hier schreibt jemand, ich vermute ein kleineres Kind. Warum lässt Gott zu, dass sich meine Eltern ganz doll streiten und sich vielleicht trennen? Ich weiß nicht genau, ob du, liebes Kind, der das geschrieben hat, jetzt hier bist oder vielleicht zuschaust oder später zuschaut. Ich würde auf jeden Fall ganz kurz darauf eingehen wollen, auch vielleicht für alle anderen, die mit ähnlichen Dingen zu kämpfen haben. Wisse zunächst eine Sache. Jedes Mal, wenn sich deine Eltern streiten und es dir durchs Herz fährt, fährt es auch Gott durchs Herz. Jesus hat keinen Streit gemocht. Jedes harsche Wort war ihm zuwider. Und manchmal gibt es Situationen im Leben, wo wir wirklich nicht genau wissen, warum das so ist. Wir haben Mama lieb, wir haben Papa lieb und wir verstehen nicht, warum die sich bekriegen. Das geht Jesus übrigens auch so. Er hat den einen Menschen lieb und den anderen Menschen lieb und er versteht nicht, warum die sich miteinander streiten. Er versteht nicht, warum sie sich bekriegen. Und das hat alles zu tun mit dieser Sünde. Die Sünde ist so furchtbar, sie führt nicht dazu, dass Mama und Papa sich streiten, sondern führt auch dazu, dass andere, wie du oder wie andere das erlebt haben, darunter leiden. Und deswegen hasst Gott diese Sünde. Aber er kann nicht einfach Stopp rufen, weil nämlich Gott auch deine Eltern lieb hat. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber du hast vielleicht Spielzeug und du weißt, dein Spielzeug hat dich nicht lieb. Du hast vielleicht das Spielzeug lieb, aber dein Spielzeug hat dich nicht lieb. Aus einem einfachen Grund, das Spielzeug kann nicht wirklich denken. Das Spielzeug hat kein Herz und egal, wie oft du der Puppe sagst, ich habe dich lieb, die Puppe wird nie sagen, ich habe dich lieb zurück. Und weil Gott nicht möchte, dass deine Eltern eine Puppe sind, sondern dass sie wirklich, wie zum Beispiel deine Freundin oder dein Freund aus ganzem Herzen sagen können, hey, ich mag dich, hatte ihnen die Möglichkeit gegeben, sich frei zu entscheiden. Und das war ein Risiko. Aber dieses Risiko ist es wert. Und ich würde dich ermutigen, wenn das nächste Mal so etwas wieder passiert. Bete. Bete zu Jesus und sag ihm, wie du dich fühlst. Sag ihm, wie es dir geht. Sag ihm, dass du das nicht hören kannst, dass du nicht möchtest, dass deine Eltern sich trennen. Und dann bitte ihn, dass er dir Frieden schenkt. Und dann bitte für deine Eltern. Die können nämlich Gebet gebrauchen. Ganz sicherlich. Und vielleicht gibt es eine Gelegenheit. Ich weiß nicht genau, welche Situation du bist. Vielleicht gibt es eine Gelegenheit mit jemandem in einer Gemeinde, mit einem Pastor, einem Prediger vielleicht mal darüber zu sprechen. Und vielleicht kann er dann auch helfen und eine Lösung mit initiieren und mit herbeiführen. Wir denken an dich, wie auch immer du bist und beten dafür, dass es besser wird. Amen. Aber allermeisten danken wir Gott. Und das wollen wir jetzt tun und beten und dann damit diesen Abend starten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen. Für all das, was wir lernen durften, das wir in den letzten vier Wochen erkennen konnten, neu begreifen konnten oder auch zum ersten Mal sehen konnten. Und in all den Geschichten, an denen man so viel mehr hätte erzählen können und vertiefen können, ist immer eins deutlich geworden. Herr, du bist wirklich Liebe und du bist es immer. Und du bist der Einzige, auf den man sich verlassen kann, auch wenn der Himmel zusammenbricht. Und wenn wir jetzt noch einmal in die Weltgeschichte, in die Weltengeschichte gehen und die Epoche anschauen, die mehr als alle anderen uns betrifft, weil wir in ihr leben. Wenn wir dann sogar einen Blick wagen über den Tellerrand der Zeit hinüber in die Ewigkeit hinein, dann möchten wir dich bitten, dass du uns erneut inspirierst, dir zu vertrauen und mit Liebe zur Wahrheit jeden einzelnen Schritt an deiner Hand zu gehen. Und wir danken dir, dass du das tun wirst. Im Namen Jesu. Amen. Episode 26. Die Schlacht von Jetzt war sie zusammen, zusammengepuzzelt in jahrelanger mühevoller Arbeit. Die Botschaft der drei Engel. Johannes hatte sie auf Patmos gesehen, diese drei Malakim, die sie durch den Himmel flogen und die letzte Warnungsbotschaft einer sterbenden Welt geben würden. In der Zeit des Endes, nach dem Ablauf der letzten Zeitprophezeiung, der längsten Zeitprophezeiung, die 1844 zu Ende gegangen war. Noch war die Welt nicht zu Ende, obwohl die Zeit des Andes längst angebrochen war. Ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels Fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Die gute Botschaft von der Liebe Gottes, ein ewiges Evangelium, weil Gott immer derselbe ist. Dasselbe Evangelium, dass Adam und Noah und Abraham und David und Nehemiah und Jesus selbst und all die Männer der Bibel geglaubt haben und gepredigt haben, dasselbe Evangelium von der Liebe Gottes und von seinem Gesetz der Liebe sollte in die ganze Welt getragen werden. Er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das war nicht ein Hinweis auf die Wiederkunft, wie man zuerst meinte, sondern ein Hinweis auf das Gericht, das begonnen hatte, das feststellen würde, wer für die Wiederkunft bereit ist. Fürchtet Gott. War das nicht die Aussage von Mose gewesen? Jahrhunderte zuvor, Zeitalter zuvor am Sinai, als das Volk zitternd vor dem Berg Sinai stand und Mose sagte, fürchtet euch nicht, sondern fürchtet Gott. Er ist gekommen, damit ihr nicht sündigt, damit ihr sein Gesetz nicht brecht. Hatte nicht der weise Salomo am Ende eines fast vollständig vergebenen Lebens zu Gott zurückgefunden und gesagt, lasst uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Das betrifft jeden Menschen, egal welcher Hautfarbe, egal welcher Kultur, egal welchen Zeitalters, immer in dieser Weltengeschichte ging es um die einfache Frage, hat Gott recht und ist er Liebe? Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Salomo hatte gesehen, es kommt ein Gericht und der Paulus hatte in Athen gesagt, es kommt ein Gericht, aber jetzt, seit 1844 ging die Botschaft aus, die Stunde seines Gerichts, der Zeitpunkt ist gekommen, nicht mehr zukünftig, sondern gegenwärtig. Ab jetzt ist Gerichtszeit und deswegen spielten die Gebote Gottes eine noch so entscheidende Rolle, denn die Gebote Gottes sind die Grundlage seines Gerichtes. Er, der immer gleich ist, zeigt dem gesamten Universum, wer von all den Christen, all den Gläubigen, all den Menschen aller Zeitaltern tatsächlich im Herzen, dem Herzen Gottes gleich geworden ist. Und im Zentrum dieses Gesetzes, der siebte Tag, der Sabbat, die Signatur auf die Schöpfung und gleichzeitig die Signatur auf die Neuschöpfung, das neu geschaffene Herz. Und dann der zweite Engel, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hatte. Schon immer war in Babylon Wahrheit mit Irrtum vermisst worden, damals schon in den Zeiten nach der Sintflut, als man durch eigene Werke versuchte, in den Himmel zu kommen. Dann später, als eine vergleichsweise reine Christenheit durch Politik und Macht und Kompromisse korrumpiert wurde und ganz langsam, nicht über Nacht, aber ganz allmählich immer weiter vom Evangelium und vom Charakter Gottes wegdriftete. Und das war auch mit vielen protestantischen Kirchen so geschehen. Im Laufe der Zeit hatten sich immer weiter weg von der Liebe zur Wahrheit entfernt. Da war noch viel Wahrheit im Leergebäude, so wie auch in der römischen Kirche. Aber die Liebe zur Wahrheit, die immer auch neu offenbarte Wahrheit annimmt, die war erkaltet. Und dann war diese dritte feierliche Warnung, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zorns, gequält werden mit Feuer und Schäfel vor dem heiligen Engel und vor dem Lamm. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die erhalten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Diese Adventbewegung hatte die Nerven, einer Welt zu erzählen, dass das Papsttum, die römische Kirche wiederkommen würde. Dieses Tier, das eine tödliche Wunde 1798 bekommen hatte, würde wieder von den Scheintoten auferstehen. Eins war sicher, Rom hatte sich nicht geändert. Gerade in jenen Jahren hatte die Unfehlbarkeit, die schon seit Jahrhunderten geglaubt worden war des römischen Papstes, ein offizielles Siegel bekommen. 1870 auf dem ersten Vatikanischen Konzil wurde die Unfehlbarkeit des Papstes dogmatisch festgelegt. Aber gleichzeitig hatte nur ein Jahr später oder noch in dem selben Jahr der Kirchenstaat sein Territorium verloren. Es sah so aus, als sei er nur ein zahnloser Tiger in der Weltpolitik. Würde er wirklich nochmal die Welt beherrschen können? In jener Zeit begann die Adventmission, neue Wege zu gehen. Zunächst einmal an der Westküste entstand ein Verlagshaus, um dort die Westküste Amerikas zu erreichen. In jener Zeit begann in Europa die ersten grauen Wolken sich zusammenzuziehen. Die Balkankrise von 1875 bis 1878. Und schon hörte man aus der Schrift von Ellen White die Warnung, dass die Zeit knapp sei. Andrews, der in Schweiz und in Frankreich als erster Missionar offiziell gestartet war, berichtete von den Erfolgen und die waren relativ schnell ermutigend. 1876 wurde in Deutschland in der Nähe von Solingen der erste Adventist getauft. Und 1877 gingen die ersten Missionare nach Schweden. 1878 begann man systematisch Geld zusammen für die Mission. 30 Jahre lang hatte man bei diesem Thema geschlafen. Aber jetzt erkannte man, man muss die Welt erreichen und zwar schnell. 1878 ging John Loughborough nach England. Und 1879 entschieden sich zwei junge Männer, eine Organisation zu gründen für all die Jugendlichen, die mit ihrer Energie die Adventbotschaft noch in fernere Länder tragen sollten. Die Adventjugend wurde geboren. 1885 gingen die ersten Missionare nach Australien, um die dreifache Engelsbotschaft dorthin zu bringen. Und Ellen White kam nach Europa, besuchte dieselben Städten, wo Jahrhunderte zuvor, fast ein Jahrtausend zuvor, Menschen die Fackel des Evangeliums hochgehalten hatten, wie in den Tälern der Valdenser. Und gleichzeitig zogen die Krisen sich zusammen. Der bulgarisch-serbische Krieg 1885 bis 1887 brachte wieder die Großmächte Europas gefährlich aneinander. Aber es kam zu keinem großen Knall. 1886 wurde Pitcairn für die dreifache Engelsbotschaft erobern. Eine kleine Insel im Pazifik. Gleichzeitig wurde die erste Gemeinde in Russland gegründet. 1887 begann die Mission in Afrika im Süden, in Cape Town in Südafrika. Im gleichen Jahr war der erste Buch-Evangelist in Guyana. Und dann kam er 1888. Auf einer Generalkonferenz, einer Versammlung, sollten verschiedene Dinge besprochen werden. Es gab eine Agenda, aber Gott hatte eine größere Agenda. Die Zeit war reif. Das Evangelium musste in die ganze Welt. In den Jahren zuvor, so wie es die Offenbarung beschrieben hatte, war der Geist von Laodicea so fest eingedrungen. Nicht nur in der weltweiten Christenheit, sondern auch in der Adventbewegung. Es war oft mehr Rechthaberei als Gerechtigkeit. Mehr Stolz darüber, die zehn Gebote richtig lesen zu können, als die demütige Haltung, die zehn Gebote zu halten. Mehr Stolz über den richtigen Kalendertag, als ein Verständnis über das, was Jesus im Herzen tut. Und so sandte Gott zwei junge Männer, Wergenau und Jones, die der Adventbotschaft noch einmal eine Injektion geben sollten. Das Evangelium, der Liebe Gottes, der alles tat und alles tun kann. Der nicht nur alles am Kreuz gegeben hat, sondern durch seinen Heiligen Geist auch alles in unserem Herzen geben kann. Gerechtigkeit aus Glauben. Das war ihre Botschaft. Und man würde meinen, dass so kurz vor der vermeintlichen Wiederkunft Jesu angesichts der Krisen der Welt solch eine Botschaft Begeisterung auslöste. Das Gegenteil war der Fall. Man hatte mehr Freude daran, lange Diskussionen zu führen, ob in Daniel die Allermannen oder die Hunnen gemeint waren. Man konnte sich sogar daran ergötzen, von Platz zu Platz zu gehen und jeden Delegierten zu fragen, bist du ein Hunne oder bist du ein Allemanner? Und es soll sogar Menschen gegeben haben, die gegen Gerechtigkeit aus Glauben gestimmt haben, weil es ihnen nicht gefallen hat, dass diese jungen Prediger von der Westküste so sehr auf der Liebe beharren. Wo bleibt denn das Gesetz? Würde die dreifache Engelsbotschaft die ganze Welt erreichen können, wenn die Träger dieser Botschaft sie selbst nicht praktizieren? Das war die große Frage. Bergen und Jones hat das schwer getroffen und Ellenweit hat mit einer Intensität die Adventbewegung gebeten, Christus und Christus allein im Zentrum aller Lehre zu haben. Die Zeit war knapp. Schon begann Senator Blair im US-Senat einen Gesetzesentwurf vorzulegen, wonach der Sonntag per Gesetz heilig gehalten werden sollte. Plötzlich klingelte es in den Ohren der Adventbewegung. War nicht genau das das Ergebnis der Prophetie gewesen? Es war tatsächlich jener Jones, der vor dem Senat, vor einem Ausschuss, zwei Stunden lang ohne Notizen Verfassungsrechtler nach dem anderen zitierte und die ganze Sache abwendete. Die Mission ging weiter. 1889 war der erste Missionar in der Türkei. Im selben Jahr der erste Missionar in den Bahamas und Ellenweit schrieb und im Eindruck der Ereignisse eines ihrer großen Werte, Patriarchs and Prophets, Patriarchs and Propheten, ein Abriss der Weltengeschichte von der Ewigkeit bis zu David. Weil sie Jones und Wegener in ihrer Bemühung für das Evangelium so sehr unterstützt hatte, hatte sie sie nicht Freunde gemacht in der Kirche und man dachte, sie wäre besser aufgehoben auf der anderen Seite des Planeten und man schickte sie nach Australien. Das war 1891. Im selben Jahr war der erste Missionar in Mexiko. 1892 brachte sie ihr vielleicht bekanntestes und beliebtestes Werk heraus, Schritte zu Jesus, Steps to Christ. Millionen haben durch dieses kleine Büchlein Jesus als den kennengelernt, der er wirklich ist, der uns ewiges Leben schenkt und jeden, aber wirklich jeden zu sich ziehen kann. Im selben Jahr waren die ersten Missionare für die drei Verengelsbotschaft in Finnland und in Brasilien und in Jamaika. 1893 die ersten Missionare in Indien und in Malawi. Jedes Jahr kamen neue Länder dazu. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, denn die Länder mussten nicht nur betreten werden, die Botschaft müsste dort überall verbreitet werden. 1894 die ersten Missionare in Chile. 1896 die ersten Missionare in Japan. 1897 die ersten Missionare in Island und in Belgien. 1898 Ungarn und Peru. Und dann schrieb Ellen Weid ihr vielleicht schönstes und größtes Werk, The Desire of Ages. Das Verlangen der Zeitalter, ein Abriss der Weltengeschichte von der Geburt Jesu bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung. 1900 drang die drei Verengelsbotschaft nach Indonesien und weiter tobten die Krisen. Nicht nur in Europa, auch in Afrika. Der zweite Burenkrieg brachte die Großmächte wieder gefährlich aneinander, aber es knallte nur klein. Nicht wirklich. Die Zeit drängte. Ellen Weid zurückgekehrt aus Australien. Er mahnte die Adventisten, wir müssen das Werk, die drei Verengelsbotschaft systematisch in der ganzen Welt verbreiten. Wir sind nicht schnell genug. Ein Neuorganisation. Viel dezentraler, effektiver, schneller voran. Jesus kommt bald wieder. 1902. Der erste Missionar in China. Aber statt diese Sache von ganzem Herzen zu unterstützen, gab es zu viele, die gerne in Amerika zurückblieben und sich lieber über andere Dinge Gedanken machten. Einer von ihnen, Kellogg, der berühmt geworden war mit seinem Krankenhaus, hatte angefangen, mystische Ideen in den Adventglauben zu injizieren. Panenteismus, dass Gott überall in der Natur sei. Die große Krise brach aus. Bald brannte das Verlagshaus und auch das Sanitarium. Würde die Adventbewegung ihren Auftrag verstehen, würden sie die Sache nach Hause bringen, solange das Zeitfenster noch offen war. Ab 1903. Der erste Missionar in Tansania. 1904. Die erste Missionare in Rumänien und in Portugal und in Ecuador. 1905. Die erste Missionare in Haiti und auf den Philippinen. 1906. Kenia. Und wieder kriselte es. Die Marokko-Krise war es diesmal. Und all die verschiedenen Großmächte versuchten, durch Bündnispolitik sich gegenseitig auszustechen. Die Amerikaner waren immer noch außen vor. Wie viele Krisen würden noch glimpflich vorbeigehen? 1908. Papua-Neuguinea. Und wieder eine Krise. Die Bosnien-Annektionskrise. Die Österreicher und Ungarn. Annektierten Bosnien. Das Osmanische Reich, das mittlerweile nur noch ein kranker Mann am Bosporus war, hatte nichts entgegenzusetzen. Und das brachte die Russen gegen die Österreicher auf. Aber sie hatten Angst vor den Deutschen, die den Österreichern beistehen würden. Wieder stand man kurz vor einem Krieg. Aber das Zeitfenster blieb noch offen. Aber in jener Zeit haben zu viele in der Adventbewegung lieber die Zeit verschwendet, sich Gedanken zu machen darüber, was jetzt eigentlich genau das Tägliche in deiner Acht ist. Ist es das? Oder ist es das? Und man konnte herrlich streiten. Es war nämlich nicht so klar in der Bibel. Und selbst bei Ellen White war es nicht so klar. Und man konnte Konferenzen haben. Man konnte debattieren. Man konnte Bücher schreiben hin und her. Wunderbar. Aber die Welt schlitterte auf eine Katastrophe zu. Und es gab viele, die gingen. Es gab viele, die die drei Verengelsbotschaft in die Welt tragen wollten. Aber nicht alle. War das nicht so, wie kurz nach der Übernahme der Perser, als Gott sagte, geht nach Jerusalem, baut die Stadt auf. Und die meisten blieben in Babylon zurück. Die Geschichte wiederholte sich immer und immer wieder. 1909, die ersten Missionare in Griechenland. 1911, die ersten Missionare in Palästina. Jeder Erdteil sollte die dreifache Engelsbotschaft hören. Es war in jener Zeit, dass die Titanic sank. Und Ellen White machte noch ein Buch heraus. The Acts of the Apostles. Die Weltengeschichte. Von den ersten Jüngern bis zu der Offenbarung des Johannes. Und dann im selben Jahr eine Neuauflage eines Werkes, das sie schon mehrmals in verschiedenen Varianten herausgebracht hatte. The Great Controversy. Der große Kampf. Die große Kontroverse. Die Weltengeschichte von der Zerstörung Jerusalems bis in die Ewigkeit. Dann sang die Titanic 1912. Und dann waren die ersten Missionare in Bolivien. Und wieder gab es eine Krise. Diesmal war es der Balkankrieg. Es kriselte die ganze Zeit und der Krieg dämmerte schon am Horizont. Aber jedes Mal gingen die Krisen vorbei. Es gab immer noch ein bisschen mehr Zeit. 1914, die ersten Missionare auf Borneo im Dschungel. Und dann am 18. Juni 1914. Da gingen Franz Ferdinand, der Thronfolger von Österreich-Ungarn und seine Frau Sophia in die Kutsche. Sein Originalfoto. Und weder er, noch sie, noch alle, die ihm adjustierten. Noch der Fotograf ahnte, dass fünf Minuten später jemand schießen würde. Man hat ihn schnell gefangen. Hier, auch ein Originalbild. Den Attentäter. Vielleicht war es hier nur wieder eine andere Krise, oder? Aber diese Krise, die Julikrise, die war etwas anders. Die Österreicher schäumten vor Wut und bedrohten Serbien, dass sie vermuteten, hinter diesem Anschlag zu stehen. Das brachte die Russen auf den Plan, die Schutzmacht der Slaven in Serbien waren. Jetzt waren die Österreicher ein Bedrängnis, weil gegen Russland hatten sie keine Chance. Deswegen mussten die Deutschen ihnen zur Seite stehen. Aber Deutschland gegen Russland bedeutete, dass die Russen jetzt den Bündnisfall für Frankreich auslösten. Und da Deutschland wusste, dass man Frankreich nur schnell besiegen, dass man Frankreich schnell besiegen muss, ansonsten einen Zwei-Fronten-Krieg hat, hatten die schon lange einen Plan. Man muss Frankreich in einer Umfassungsbewegung, eine Zange nehmen. Aber deswegen muss man durch Belgien, weil einfach Belgien dazwischen ist. Komischerweise. Und das, die Verletzung der belgischen Neutralität, brachte dann noch die Briten aufs Spiel. Und plötzlich war die ganze imperialistische, hochgerüstete Welt, die damals nicht nur Europa, sondern große Teile Asiens und Afrikas beherrschte, im Krieg miteinander der Weltkrieg brach aus. Man war am Anfang ganz begeistert. Im August, da hieß es noch, freie Fahrt nach Paris. Wir nehmen uns wieder. Nur ein paar Wochen. So wie am Anfang des Bürgerkrieges. Als alle meinten, es dauert ein paar Wochen. Und Ellen White gesagt hatte, es wird Jahre dauern. Sie hatte über Jahre gewarnt, dass die Zeit bald vorbei sein könnte, wo man gut arbeiten könnte. Sie hatte jahrelang gewarnt, dass Krieg und Blutvergießen in unvorstellbarer Maße stattfinden würde. Jetzt trat es ein. Die Begeisterung der Heere endete nur nach wenigen Wochen in den Stellungsgräben in Frankreich und Russland. Und Ellen White starb. 1915, muss es heißen. Und der Krieg nahm Ausmaße an, die kein Mensch zuvor erahnt hatte. Mit Giftgas und neuesten Waffentechnologien wurden nicht nur Menschenleben zu Tausenden und Zehntausenden ausgerottet, sondern ganze Landstriche verwüstet. Um wenige Meter wurden monatelang gekämpft und tausende Menschen geopfert, als wäre ihr Blut nichts wert. Es war eine Zäsur, wie es sie wahrscheinlich seit Napoleon nicht gegeben hatte. 1917 hatten zumindest die Russen genug vom Krieg und dann übernahmen die Kommunisten. Und die hatten von Religion nicht viel Verständnis. Sie hielten das Ganze für Droge, für Opium. Und plötzlich war das Evangelium für weite Teile der Welt geschlossen. Größtenteils. Und dann brach auch das deutsche Kaiserreich zusammen. 1918. Der Krieg war vorbei. Frieden wurde ersehnt. Frieden wurde geschaffen. Aber nicht ein Frieden, wie Gott ihn macht, sondern ein Frieden, wie Menschen ihn machen, wo der Gewinner nochmal so ein bisschen nachdrückt. Und selbst die Alliierten hatten ein bisschen Angst vor diesem Frieden. Ein General sagte 1919, das ist kein Frieden, das ist ein Waffenstillstand für 20 Jahre. Fast könnte man meinen, er wäre Prophet gewesen. In jener Zeit starb der letzte Pionier der Adventbewegung, John Loughborough. Er hatte noch einmal in seinen letzten Jahren die Geschichte der Adventbewegung systematisch aufgeschrieben. Aber ein neues Zeitalter war angebrochen. Die Pioniere waren tot. Neue technische Möglichkeiten gaben eine neue Chance, das Evangelium weit zu verbreiten. Es war H. Matt Richards, der als erster Christ überhaupt aller Denomination das Radio systematisch für die Evangeliumsverkündigung verbreitete. Mussten die drei Engel nicht durch den Himmel fliegen? Und dann kam die Weltwirtschaftskrise. Die Menschen verloren so viel. Die Börsen krachten zusammen. Inflation, Unsicherheit, politische Unruhen. In dieser Zeit bekam das Papsttum ein kleines Stück seines Kirchenstaates zurück. Nicht mehr Mittelitalien wie früher, nur ein kleiner Garten um den Palast herum. Aber das reichte schon. Jetzt war man wieder ein souveräner Staat. Und weil die Zeiten so unsicher waren, weil das Brot zu knapp war, manchmal Millionen Thema kostete und die politischen Parteien zu schwach waren, war der Wunsch nach starken Männern ganz laut. Also hier in Italien. Mussolini, der Faschist, der dem Papst das Territorium gab. Oder in Deutschland, wo alle sich nach dem starken Mann sehnte, der mal wieder durchgreift und die Fremden zurechtweist oder vielleicht auch ausweist. Hitler hat immer behauptet, ein Mann des Friedens zu sein. Er versprach ein tausendjähriges Reich. Und dann marschierten die Soldaten. Erst nach Polen, später nach Norwegen, nach Norden, dann nach Afrika und Frankreich. Und bald hatte er ganz Europa unter sich und plötzlich zitterten vielleicht die Engel. Würde er es schaffen, was Napoleon nicht geschafft hatte? Würde die deutsche strukturierte Organisation der eiserne Wille der deutschen Armee das schaffen, was die Franzosen nicht geschafft hatten? 1940 blieb von Europa nicht mehr viel übrig, als nur noch England, die sich gegen Hitler gestellt hatten. Und die Flieger flogen über den Ärmelkanal und bomben Mittelengland, Birmingham und Coventry in Schutt und Asche. Und in jenen Tagen, als die Flieger flogen und niemand da war, der sich mit England gegen Hitler stellen würde. Als es so aussah, als ob Hitler den Kampf verliert und nach über 2600 Jahren oder 2500 Jahren jetzt Daniels Prophezeiung doch ins Fanken gerät, da stand ein Prediger in der Londoner Tube. Ein Christ, der an Daniel noch glaubte, mit einer Pappmaché-Figur von Daniel 2 und predigte den verängstigten Hilfesuchenden, die dort in der U-Bahn-Station Hilfe gesucht hatten und predigte ihn, Hitler kann den Krieg nicht gewinnen. Schon zur Zeit von Napoleon hatte es britische Journalisten gegeben, die geschrieben hatten, aufgrund von Daniel 2, Napoleon kann nicht gewinnen. Nach jedem Sieg haben sie das geschrieben. Wieder hatte jemand den Mut, an die biblische Prophezeiung zu glauben, auch wenn es ganz gegenteilig aussah. Und so wie Napoleon, der einen Wirtschaftskrieg gegen England geführt hatte und der dann nur noch Russland angreifen wollte, kam Hitler auf dieselbe Idee. Russland fehlte noch im Sortiment und 1941 rollten die deutschen Panzer nach Russland. Im gleichen Jahr brannte Pearl Harbor und die USA, die schon 1917 mal kurz in den Ersten Weltkrieg eingegriffen hatten, so ein bisschen chirurgisch, waren jetzt plötzlich mittendrin. Es war, als wenn eine Riese aus dem Schlaf geweckt wurde. 1943 erlebte Hitler in etwa das, was Napoleon erlebte, nur auf einer noch viel größeren und noch viel dramatischeren Skala. Die Geschichte wiederholte sich, sie wurde nur immer schlimmer. In Stalingrad war es aus. Und ab dann befand sich die deutsche Armee auf dem Rückzug, nicht nur im Osten, sondern auch im Westen, wo die Alliierten in der Normandie landeten. D-Day, Decision Day, der Tag der Entscheidung. Und in all den Jahren offenbarte sich, was passiert, wenn ein Volk, das einmal so viel vom Evangelium verstanden hatte, sich gegen das Evangelium entscheidet. Wenn es Menschen wählt, die offensichtlich Hass schüren. Es zeigte sich, dass was passiert, wenn man der Rhetorik von Menschen mehr glaubt als ihren Werten. Es zeigte sich, dass die Evolutionstheorie, die sich verbreitet hatte in der Gesellschaft an den Universitäten, die übergegriffen hatte auf die Idee der menschlichen Evolution, dass manche Rassen stärker sind als andere, manche intelligenter. Es zeigte sich, wohin diese Idee führt. Auschwitz und all die anderen KZs sind ein Mahnmal dafür, dass es ein großer Fehler war, von der Idee abzurücken, dass Gott alle Menschen gleich geschaffen hat und dass Gott gleich ist. Immer derselbe zu jeder Hautfarbe und zu jeder Rasse und ja, zu jeder Religion. Der Schrecken war unfassbar und es zeigte sich, je mehr man dem Satan Raum lässt, desto schlimmer wird es. Und man konnte den Hitler mit Bomben besiegen, aber es wird den Bewohnern der ungefallenen Welten nicht entgangen sein, dass obwohl der Hitler weggebombt wurde und seine Armee in Schutt und Asche gelegt wurde, die Idee des Hitler überlebte. Und jetzt verstanden sie aller, 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 aller spätestens, dass wenn man den Helel, den Satan weggebombt hätte und sein Drittel seiner Engel weggebombt hätte, die Idee wäre irgendwann wieder aufgetaucht. Aber das Schlusswort in diesem dramatischen Kapitel hat nicht einmal die Deutschen, sondern die Amerikaner. Fast so, als ob die ersten Feuerfunken aus den Nüstern dieses friedlichen Tieres kamen. In Hiroshima und Nagasaki zeigte sich, zu was die christliche, vermeintlich christliche Nation Amerika in der Lage war. Zwei Jahre später wurden in Kumram die berühmten Rollen gefunden, die Schriftrollen vom Toten Meer, die Jahrzehnte der Bibelkritik über den Haufen warfen und bewiesen, dass die Bibel tatsächlich unverfälscht seit Jahrhunderten zu uns gekommen ist. Und der Papst, den manche immer noch für ein Relikt aus dem Mittelalter hielten, der machte deutlich, dass die Unfehlbarkeit wirklich so gemeint war. 1950 wurde zum Beispiel eine Lehre per Unfehlbarkeitsbeschluss definiert, nämlich dass Maria in den Himmel aufgefahren sei. Davon wusste zwar die Bibel nichts, aber nun war es offizielle Lehre. Und dann passierte etwas, von dem, glaube ich, wenig Wissen, dass es erst dann passiert ist. Es war in den 50er Jahren, dass die USA begannen, einen betont christlichen Charakter anzunehmen. Die Gründungsväter hatten immer gesagt, wir sind eine neutrale Nation, wir sind keine christliche Nation per Gesetzesbeschluss, sondern jeder darf glauben, was er will. Aber in den 50er Jahren fing es an, dass auf den Dollarnoten plötzlich stand, in God we trust. Wir vertrauen auf Gott. Jetzt hieß es plötzlich in dem Fahnen-Eid One Nation under God. Das war in den Weltkriegen noch anders gewesen. Da hieß es nur One Nation. Jetzt war es eine Nation unter Gott. Die Christianisierung der Politik Amerikas fing leise, aber schleichend an. Wiederum, kurz nach dem Weltkrieg, war es wieder ein Adventist, der als allererster Christ überhaupt neue technische Möglichkeiten in Anspruch nahm, das Evangelium zu verbreiten. Diesmal war es nicht das Radio, es war das Fernsehen. Und It Is Written begann als allererste christliche Fernsehsendung, dieses Medium zu verwenden. Musste nicht das Evangelium wie ein Engel durch den Himmel fliegen. Ein Jahr später, nachdem es wieder mit Gewalt gescheitert war, die Nation Europas zusammenzubringen, gab es jetzt eine neue Idee. Mit Diplomatie sollten die europäischen Staaten verbunden werden. Die Verträge dazu wurden interessanterweise in Rom unterzeichnet, die römischen Verträge 1957. Und in Rom ereignete sich noch Interessanteres. Eine Jahre später begann das Zweite Vatikanische Konzil. Und dort wurde eine Idee geboren, ein Begriff geprägt, der eigentlich aus der Bibel stammt, nämlich Eukomene. In der Bibel war damit das gesamte Römische Reich gemeint. Aber jetzt war damit gemeint, ein Ziel für einen Dialog, wo die verschiedenen christlichen Kirchen wieder zusammenkommen könnten, die lange Spaltung der Jahrhunderte zu überwinden. Hatte sich Rom geändert? Nun, um diesem Vorwurf auf jeden Fall entgegentreten zu können, wurde im Zweiten Vatikanischen Konzil bestätigt, dass alle Beschlüsse von Trient, von dem Reformationskonzil, das gegen die Reformation gehalten worden war, immer noch gültig waren. Rom hat es nicht geändert. Aber die Hand ausgestreckt und freundlich gelächelt. Komm zurück, war die Botschaft. Derweil verloren die USA immer mehr ihre Unschuld. Im Vietnamkrieg waren es plötzlich die Amerikaner selbst, die unter anderem schwere Kriegsverbrechen begannen. Der Kommunismus breitete sich aus. In China kam es zur Kulturrevolution. Alles Christliche sollte unterdrückt werden. Die Christen wurden in die Gefängnisse gesteckt. Die Mauern schienen ganz fest verschlossen für das Evangelium. Wie anders war das 100 Jahre zuvor gewesen und 80 Jahre zuvor. Jetzt war es ungeheuer schwer. Ein Jahr später kam der Sechstagekrieg im Nahen Osten und viele wandten ihren Blick jetzt auf den Nahostkonflikt. Viele Christen, die immer noch glaubten, dass Israel eine Rolle zu spielen hat in der Prophetie. Die waren wie gebannt und warteten jetzt, dass im Nahen Osten große Dinge der biblischen Prophetie geschehen würden. Die Zeiten änderten sich. Neue Werte kamen in die Gesellschaft. Man sprach jetzt viel von Liebe. Es war nicht mehr die Liebe, wie sie die Bibel kannte. Es war mehr eine Liebe ganz ohne Verantwortung. Eine Liebe ganz ohne Beständigkeit. Eine Liebe, ständig wechselt. 1978 wurde Woitela, der Pole, Papst. Und er hatte diese ökumenische Agenda nicht nur auf der Agenda. Er wollte sie wirklich umsetzen. Und kein Papst zuvor hat sich so sehr bemüht, die Kirchen wieder zurück zu Rom zu bringen. Derweil fand die Christianisierung der amerikanischen Politik immer neue Wege. Falwell gründete die Moral Majority, die moralische Majorität, um christliche Werte in die Politik zu bringen und die Politik dazu zu bringen, christliche Werte per Gesetz auch zu schützen. Und dann war es eine Falle der Amerikaner, in die die Sowjetunion hineintappte. Schon lange hatten die Amerikaner ihr Spiel im Nahen Osten. Sie hatten in Iran die einzige Demokratie des ganzen Mittren Osten gestürzt und Chaos angerichtet. Und jetzt lockten sie die Russen in die Falle in Afghanistan. Die begannen den Krieg. Gleichzeitig begann der Golfkrieg. Der Nahen Osten wurde immer mehr zu einem gewaltigen Pulver. Fast eine Krise jagte die nächste. Gleichzeitig nahmen Hungerskatastrophen, Epidemien und Naturkatastrophen immer mehr zu. Gorbatschow wurde Generalsekretär. Und plötzlich begann sich das Klima in der Sowjetunion zu wandeln. Pat Robertson gründete in Amerika eine neue Organisation, noch mehr die christlichen Glauben in die Politik zu bringen. Das war 1988. Und dann fiel die Mauer. Und plötzlich war die Tür für das Evangelium wieder offen. Plötzlich konnte man nach Russland und in all die Ostblockstaaten. Plötzlich konnte man nach China, wenn auch ein bisschen mit Vorsicht, um das Evangelium zu verbreiten. Es waren adventistische Evangelisten, die im Kreml selbst die dreifache Engelsbotschaft predigten. Amerika führte weiter Krieg. Der Golfkrieg kam und brachte noch mehr Leid in jene Nation. Die europäische Verständigung ging immer weiter voran. Jetzt schien es wirklich durch Diplomatie gelungen zu sein, was Jahrhunderte an Heiratspolitik und Waffengewalt nicht geschafft hatten. In Maastricht wurde der Vertrag unterschrieben. Die Europäische Union stand jetzt scheinbar auf stabilen Füßen. Aber der Völkermord in Ruanda zeigte, dass die Sünde immer noch Sünde ist und immer noch brutalste Verbrechen hervorbringt. Die Idee, dass eine Rasse stärker war als die andere in Deutschland propagiert, hatte sich mittlerweile auch in Afrika herumgesprochen und dort die schlimmsten Gräuel ebenfalls angerichtet. Diese Welt war schon überreif. Überreif. Einzige, was noch fehlte, war eine Offenbarung der Liebe Gottes in der ganzen Welt. 1999 haben die Engel wirklich einen Schreck bekommen. In Augsburg, an einem Ort der Reformation unterzeichneten die nach, 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 in die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel der Reformation eine Erklärung, dass in den Fragen der Rechtfertigung des Evangeliums es keine Unterschiede mit der katholischen Position gäbe. Freie Bahn für die Ökumene. Und dann kam das Jahr 2001 und die Welt schien sich noch einmal um ein paar Grad zu drehen. Noch einmal veränderte sich die Perspektive. Ein neues Zeitalter schien anzubrechen. Auf jeden Fall blieb eine Sache gleich. Es gab wieder Krieg und wieder im Nahen Osten. Eine neue Krise. Afghanistan-Krieg 2001. Und dann kam der Euro. Noch ein Schritt zur europäischen Integration, oder? Und während Daniel 2 zu wackeln schien, mit dieser Aussage, dass sie nicht aneinander haften werden, war die Interpretation von Offenbarung 13, dass die USA wie ein Drachen sprechen werden, mittlerweile das pfiffen schon die Spatzen von den Dächern. Man musste gar nicht mehr die Bibel kennen, um das zu sagen, dass die USA sich benahmen wie ein Drachen. Sie logen die Welt an über Waffen, die es gar nicht gab, nur um in den Irak einzumarschieren, das Öl abzukassieren. Das nannten sie auch noch Freiheit und hinterließen einen Scherbenhaufen. In früheren Zeiten hätte man das Imperialismus genannt. Aber niemand wagte zu widersprechen, denn sie waren jetzt die einzige Supermacht der Welt. Das war die Freiheit, die sie brachten. Torfolter und Qual. Zum Teil an Menschen, die überhaupt gar nichts gebracht hatten, nichts Böses getan hatten, die einfach nur eingesperrt worden waren, weil sie unter anderem einfach die falsche Uhrenmarke gehabt hatten. Eine Uhrenmarke, die auch von Terroristen benutzt worden war. Reichte schon aus, um in Guantanamo zu landen. Und das waren die Guten der Geschichte jetzt. In Wirklichkeit genauso böse wie alle, die vorher gewesen waren. 2005 wurde Ratzinger Papst Benedikt und unter ihm zeigte sich, dass theologisch die Kirche sich nicht gewandelt hatte. Nicht einen Zentimeter hatten sie sich abgerückt. Trotzdem entschieden sich die Methodisten jetzt weltweit dieselbe Erklärung zu unterzeichnen, die schon die Lutheraner unterzeichnet hatten. Gleiches Evangelium wie Rom. Und dann brach die Euro-Krise aus. Griechenland so hoch verschuldet, dass man plötzlich die Griechen nicht mehr in der Euro haben gewollt. Plötzlich war die vielbesporene Einheit Europas mehr oder weniger hin Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Euro-Krise, Krisen überall. Krisen im arabischen Frühling, Tunesien, Libyen, auch wieder mit Krieg, Ägypten mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Und in jenen Tagen 2011, 2010 hat einer der Diktatoren in Arabien ein Interview gegeben und gesagt, in meinem Land, dem geht es so gut, da wird es keinen Aufstand geben. Das war Assad. Hätte er diese Worte bloß nicht gesagt. Und schon flogen die Flugzeuge wieder und der Krieg dauert noch immer an dort in Syrien. Zwei Jahre später wurde ein Jesuit Papst. Sie hatten die Jahrhunderte überstanden. Sie waren ja beinahe ausgelöscht worden am Ende des 18. Jahrhunderts, vertrieben. Aber dann waren sie langsam wieder zurückgekehrt. Und plötzlich war es ein Jesuit, der an der Spitze der Kirche von Rom stand. Die Jesuiten haben übrigens nie ihr Ziel aufgegeben, den Protestantismus zurückzuführen nach Rom. Und Krieg schien plötzlich auch in Europa wieder möglich. Die Krim, Ostukraine. Und dann war es tatsächlich sogar so, dass die Evangelikalen, die Freikirchen, wieder zurück nach Rom wollten. Auf Betreiben des anglikanischen Bischofs Tony Palmer trafen sich die Spitzen des Evangelikalen Weltbundes mit dem Papst in Rom und händigten ihm ein Dokument aus und sagten, wir möchten es auch unterzeichnen. Wir möchten auch, wie die Lutheraner und die Methodisten ebenfalls unterzeichnen. Am liebsten 2017 und am liebsten in Rom. Und dann kam der Brexit. Und die Einheit Europas, die so scheinbar gehalten hatte, war endgültig aus. Daniel stand noch immer. Sie werden nicht aneinander haften. In jenen Tagen war plötzlich wieder viel Unruhe im Volk. Man war unzufrieden mit den von außen hereinkommenden und der Ruf nach einfachen Lösungen und starken Männern erschall überall. In Nordamerika, wo sie einen Trump zum Präsidenten machen wollten. Und in Russland, wo sie in Putin schon einen starken Mann hatten als Präsident. In der Türkei, Erdogan und in ganz Europa, wo der Wunsch nach starken Männern wieder da war. Die Engel werden sich gefragt haben, ja, haben die nichts gelernt aus der Geschichte? Und dann endet die Weltgeschichte. Denn hier sind wir, mittendrin. Hier endet die Geschichte. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Oder möchten Sie wissen, wie es ausgeht? Wir können jetzt keine Weltengeschichte mehr erzählen, denn die Geschichte endet hier. Aber wir können die Welt in Zukunft skizzieren. So, wie sie sich entfalten wird. Ich bin kein Prophet. Und deswegen werde ich nicht spekulieren. Es gibt viele Dinge, von denen ich meine, dass sie passieren könnten, aber ich weiß es nicht genau, deswegen sage ich sie nicht. Wir halten uns einfach einen einfachen Rat, den Daniel gab vor 2600 Jahren. Das Geheimnis, nachdem der König fragt, vermögen die weisen, gelehrten Zeichendeutern wahrseiten dem König, nicht zu sagen, ich weiß auch nicht, was in der Zukunft kommt. Ich würde gern wissen, was 2017 passiert. Ich weiß es nicht. Ich habe es zu meiner Idee, was passieren könnte mit den USA. Ich weiß es nicht. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Und wenn wir jetzt hier stehen im Jahre 2016 und realisieren, wir sind Teil einer sehr langen, sehr großen und äußerst komplexen Geschichte, die eigentlich ein einfaches Grundprinzip hat, nämlich Gott ist die Liebe. Alles andere ist nur eine Entfaltung dieser Idee und der Rebellion gegen diese Idee. Dann dürfen wir wissen, Gott hat auch für die Zukunft uns etwas zu sagen. So wie der Nebuchadnezzar sich gefragt hat, wie geht es weiter, dürfen wir heute fragen, wie geht es weiter. Und wir wollen bei dem bleiben, was die Bibel sagt. Wir wollen einfach ganz kurz ein paar Dinge skizzieren, von denen die Bibel definitiv sagt, dass sie so passieren werden. Erst einmal sagt die Bibel, der Drache, der Satan wird zornig sein über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Hier ist die ernüchternde Nachricht, wer treu zu Gott stehen wird, wer Jesus liebt und die Gebote Gottes ernst nehmen wird, dem wird es, der wird den Atem des Drachen spüren. Sei es persönlich oder sei es als Gemeinde. Der große Kampf ist noch nicht vorüber, auch wenn wir jetzt von der Vergangenheit in die Zukunft schauen. Wie wir schon angedeutet haben, sagt die Bibel, dass die Todeswunde des Tieres ganz geheilt sein wird. Noch ist ein bisschen scharf drauf, man sieht den kaum noch. Aber noch hat das Papsttum nicht die Macht, die es im Mittelalter gehabt hat. Das wird sich ändern. Und die ganze Erde sah verwundert im Tier. Noch gibt es ein paar Staaten, die dem Papst nicht anerkennen. Es sind nur noch wenige. Mittlerweile wird man sich wundern, wer alles den Papst anerkennt. Aber es sind noch ein paar, die das noch nicht tun. Das wird sich ändern. Die ganze Welt wird dem Papsttum verwundert nachsehen. Salomon hat gesagt, was eins geschehen ist, das wird wieder sein. Was eins geschehen ist, das wird geschehen. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Papstum noch einmal eine Art Mittelalter hervorbringt. Das passt nicht in unsere Zeit. Erinnern wir uns daran. In der vierten Folge haben wir gesehen, wie auf den Trümmern nach der Sintflut das Babylonische Reich entstand, über Jahrhunderte regierte und dann unterging. Viele Jahrhunderte später hörte ein König Hiskir die Botschaft, dass das Babylonische Reich wiederkommen würde. Das war so erstaunlich, dass es niemand glauben konnte, weil es das Babylonische Reich gar nicht gab. Selbst als Jahrzehnte später der Prophet Habakuk gesagt hatte, die Babylonier kommen, da musste er selbst sagen, es ist so unglaublich, ihr würdet es nicht glauben. Doch die Tatsache war, die Chaldea kam und sie bildeten das Königreich erneut. Nach über tausend Jahren standen sie plötzlich wieder auf der Bildfläche und hatten alles unter Kontrolle. Und sie wurden gerichtet durch Gottes Eingreifen, durch Gottes Gericht. Und wenn jemand dabei gewesen ist bei Episode 16, weiß er auch, wie das damalige Babylon, das plötzlich nach tausend Jahren wieder auf der Erdoberfläche erstanden hat, wieder auf der politischen Fläche da war, weiß er auch, wie sie gefallen sind. Die Wasser von Akkad, der Fluss Euphrat, wurde umgeleitet. Im Hinterkopf behalten. Rom wird wieder Macht haben, vergleichbar mit dem Mittelalter. Und wenn es uns unglaublich erscheint, dann mögen wir die Geschichte des Babylonischen Reiches aus dem Alten Testament im Hinterkopf haben. Es schien unglaublich, es dauerte wenige Jahre, da war es plötzlich Realität. Heißt das dann auch, dass wir ähnlich uns verhalten müssen wie die Menschen, die damals in die Berge geflohen sind? Das wäre eine sehr ernstzunehmende Analogie. Und die Bibel offenbart auch, dass es dann um Anbetung gehen wird. Sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an. Das war die große Frage, die schon bei der dritten Versuchung Jesu auf dem Spiel stand. Satan hat gesagt, dies alles wird dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Es wird um die Frage der Anbetung gehen, die Autorität der Anbetung. Und bei diesem Thema gibt es nur zwei Möglichkeiten. Wenn es mal eine Auseinandersetzung der Anbetung gibt, geht es entweder um die Frage, wen wir anbeten oder wie wir anbeten. An diesem Punkt gibt es zwei große Konflikte mit Rom. Wen wir anbeten, da geht es um die Bilder. Und wie wir anbeten, da geht es um den Tag. Aber die Frage ist, wer wird dann die militärische Macht geben? So wie im Mittelalter braucht es auch einen Staat, der seine Armee dem Papstum gibt. Der Papstum selbst ist militärisch nicht stark. Damals waren es die Franken gewesen. Wer wird es diesmal sein? Die Bibel spricht von diesem Tier aus der Erde, das aussah wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es wird dieselbe Vollmacht des ersten Tieres ausüben. Das heißt, so wie das Papstum im Mittelalter regiert hat. Mit solch einer Machtfülle werden die USA die Welt beherrschen und wir sehen schon sehr viel davon. Und wenn wir unsere Augen ganz aufmachen, sehen wir vielleicht sogar mehr, als uns das lieb ist. Und es wird die USA sein, die dazu Menschen verleiten wird, das erste Tier, das heißt das Papsttum anzubeten. Es werden die USA sein, die die Aufmerksamkeit der Welt wieder Richtung Papsttum lenken werden. Und die USA werden selbst ein Bild abbilden vom Papsttum. Und das wird unglaublich sein, wenn das Papsttum ist ein Kirchenstaat, die, eine Persönifikation kann man nicht sagen, die Verstaatlichung der Idee, dass Kirche und Staat zusammengehören. Man kann den Vatikan nicht als getrennt Kirche und Staat betrachten, weil es ist ein Kirchenstaat. Und die USA sind genau das Gegenteil, staatsrechtlich das absolute Gegenteil. Und doch werden sie ein Bild machen. Sie werden so aussehen wie der Vatikan. Kirche und Staat werden ausgerechnet in diesem Land zusammenkommen, das Gott als ein Leuchtturm aufgerichtet hatte. Wer am Freitagabend da war, weiß, was ich sage. Als Roger Williams, als der erste in Providence, Rhode Island, einen Staat geschaffen hatte, wo Kirche und Staat getrennt waren. Der Satan hat sich genau diesem Staat ausgesucht, um ihn zu korrumpieren. Und dann wird das Bild sogar reden. Und wenn Tiere reden, dann reden Mächte. Und Mächte reden nicht, indem der Präsident eine Rede hält an die Nation, sondern Mächte reden durch Gesetze. Die USA werden Gesetze erlassen, die religiös sind, die ein Bild dessen sind, welche Gesetze Rom im Mittelalter erlassen hat. Und das waren keine Finanzgesetze nur. Das waren religiöse Gesetze. Rom hat beschlossen und dann musste so gebetet werden und dann gebetet werden und der angebetet werden oder das nicht mehr getan werden. Dann musste das gelesen werden und nicht mehr gelesen werden. Rom hatte politische Macht über die Religion der Menschen. Und das, sagt die Bibel, wird wieder kommen. Und ein Mahlzeichen wird auf die rechte Hand oder auf die Stirn gegeben werden. Und das ist eine interessante Analogie. Denn Gott selbst hatte nach dem Auszug aus Ägypten den Israeliten gesagt, sie sollten ein Zeichen machen, ein Erinnerungszeichen vor den Augen und auf die Hand, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei, der sie aus Ägypten befreit hat. Der Gott, der aus Liebe freimacht, möchte, dass wir sein Gesetz im Herzen haben. Der Feind möchte genau das Gegenteil. Er möchte nicht durch Liebe und Befreiung, sondern durch Druck seine Variante des Gesetzes uns aufdrücken. Es wird also um das Gesetz Gottes gehen. Aber eins ist sicher, man wird die USA nicht dazu bekommen, eine protestantische Nation, Bilderanbetung durchzusetzen. Wir haben studiert, dass es nur zwei Gesetze gibt, die im Wesentlichen geändert worden sind durch die katholische Kirche. Und das war das zweite und das vierte Gesetz. Das zweite Gesetz werden, das zweite Gebot mit den Bildern, das werden die Protestanten nicht schlucken. Aber wenn jemand am Mittwochabend da gewesen ist, dann weiß er, dass das Konzil von Trient, nachdem es die Reformation analysiert hat, eine Achillesferse gefunden hat. Die Protestanten haben immer gesagt, Sola Scriptura, Sola Scriptura, Sola Scriptura. Und sie haben das studiert, festgestellt, was immer die Protestanten sagen, ist immer Sola Scriptura, bis auf einen Punkt. Der Ruhetag ist nicht Sola Scriptura. Der Ruhetag ist Sola Romus, Roma. Das war die Achilleferse. Und der Satan hat das lange vorher herausgefunden, lange bevor die Kirchenväter in Trient nach 19 Jahren das entdeckt haben. Es wird um den Sabbat gehen. Und hatte nicht Hessekel, der Prophet an den Wassern Akats am Euphrat in der Vision gesehen, wie das vorgebliche Volk Gottes kurz vor dem Ende die Sonne angebetet hat? Sie riefen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist hier. Sie waren nominell auf der Seite Gottes, aber hatten sein Gesetz gebrochen. War das nicht genau das, was der Luzifer, der Helel im Himmel getan hatte? Hatte er nicht das Gesetz Gottes angegriffen, während gleichzeitig zu behaupten, er sei für Gott? Die letzte Rebellion wird die sein, dass im Namen Gottes das Gesetz Gottes ad acta gelegt wird. Und im Namen des Gemeinwohls alle gebeten werden, dem Folge zu leisten. Und wenn nicht, wird Druck ausgeübt. Das heißt, dass niemand kaufen oder verkaufen kann. Wenn das Gesetz geändert wird, wird auch der Charakter des Gesetzgebers geändert. Gott ist Liebe. Er zwingt niemanden. Aber der, der das Gesetz ändert, wird auch plötzlich Druck ausüben. Erst wirtschaftlichen Druck. Und dann wird das Ganze eine weltweite Bewegung werden. Ich sah aus dem Maul des Drachen, aus dem Maul des Tieres, aus dem Maul des falschen Propheten. Drei unreine Geister rauskommen, gleich fröschen. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises. Es wird zu einer weltweiten Bewegung gegen Gott kommen, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Ein Kampf gegen Gott, das haben wir schon mal gesehen. Und zwar in der allerersten Episode. Das war kein Kampf mit Panzern und auch nicht mit Pfeil und Bogen und auch nicht mit Atombomben. Es war ein Kampf der Ideen. Und er versammelt sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Harmageddon ist ein interessantes Wort. Es bedeutet wörtlich Berg Megidus. Und Megiddo ist ein Ort in der Jesrillebene, dort wo Gideon, haben wir auch in einer Episode angeschaut, in der Hälften, des Nachts vom Berg geklommen ist, um dort bei den Midianitern zu hören, wie sie eigentlich über ihn denken. Nachdem er gehört hat, dass sie Angst vor ihm haben, ist er zurück und dann haben sie mit lautem Schall die Midianiter vertrieben. Dort in Megiddo, dort in Jesrille sind viele wichtige Geschlachten geschlagen worden. Aber das Interessante ist, die Schlacht findet nicht in der Jesrillebene statt. Weder buchstäblich, noch symbolisch. Denn es heißt nicht Megiddo, es heißt Harmageddon. Der Berg bei Megiddo, bei dem jemand gut aufgepasst hat, weiß er, dass es einen Berg in der Nähe gibt. Und der Berg heißt Carmel. An diesem Ort sind zwei große Dinge geschehen. Ich erinnere an Episode 11. An diesem Ort hat Saul, die meisten haben jetzt nicht daran gedacht, ich weiß, hat Saul ein Denkmal für sich selbst aufgestellt, weil er für den Herrn die Amalekita besiegt hat. Er war leider nur etwas untreu gewesen, er hat das Gesetz Gottes missachtet. Er hatte für Gott gekämpft, war untreu gewesen und hat deswegen von dem von dem Samuel die Botschaft bekommen, du bist ab jetzt sofort nicht mehr König, du bist abgesetzt. Und von dem Zeitpunkt an war er unter der Kontrolle Satans. Das zweite Ereignis war, und das ist natürlich bekannter, dass Elia dort den Kampf zwischen den Balen, dem Balim, dem Gott Baal und dem Gott Jachwat stattfinden lassen. Nicht ein Kampf, in dem die Baalspriester mit Elia gekämpft haben, nicht wahr? Einer gegen 850, sondern ein Kampf von Ideen. Das Interessante ist, Kamel kommt von Keremel, der Weinberg Gottes. Es wird eine Ernte geben. Und wenn man erntet, wenn man Weintrauben erntet, was bekommt man dann? Bekommt man Traubensaft, biblisch auch Wein. Es kommt zu einer letzten Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse auf dieser Welt. Und dann ist die Ernte reif. Alles, worauf Gott wartet, ist das. Nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Auf dem Berg Kamel wurde sichtbar, dass Gott wirklich Gott ist. Dass Jachwe der echte Gott ist. Dass er antwortet, dass all die anderen Götter falsch sind. Die Schlacht von Hamageddon wartet letztendlich darauf, dass das Wesen Gottes offenbar wird. Und dass die Erde erleuchtet wird von seiner Herrlichkeit. Das hatte Gott sich schon immer gewünscht. Er wollte das mit dem Volk Israel erreichen. Aber als die bei Kadesh Banea vor dem Land Kanaan sagten, wir wollen zurück nach Ägypten, da hat er gesagt, so wahr ich lebe. Und die ganze Erde mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll. Mit dem Volk Israel hat es nicht geklappt. Mit den frühen Christen hat es nicht geklappt, weil sie lieber angefangen haben, sich als Mönche im ögyptischen Sand zu vergraben, um dort heilig zu leben. Er sucht nach einem Volk. Er sucht nach Menschen, nach Männern und Frauen aller Nationen, aller Völker, aller Stämme, die alles stehen und liegen lassen, um ein Ziel zuerst zu haben, den Charakter Gottes in die ganze Welt zu bringen. Die Herrlichkeit des Herrn soll die Erde erfüllen. Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, die halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu. Und dann wird die Botschaft erwähnt, gefallen ist Babylon. Das, was anfing, schon im 19. Jahrhundert sich anzudeuten, wird dann vollendet sein. Die Große ist eine Behausung der Dämonen geworden und Gott selbst ruft, geht hinaus aus ihr, mein Volk. Er hat die große Mehrzahl aller gläubigen Menschen außerhalb der Adventbewegung. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo Gott sie alle herausruft. Und jeder, der Liebe zur Wahrheit hat, wird sehen, was Gottes Charakter ist und was der Charakter des Antichristen ist. Wird sehen, wohin echte, wahre biblische Lehre führt und wohin Irrlehre führt. Spreu und Weizen werden sich trennen. Der Weiz und das Unkraut werden sichtbar werden. Und dann kommen sie, die zehn Königinnen, die noch zukünftig sind, die eine Stunde zusammen mit dem Tier regieren werden. Die einen einmütigen Sinn haben und ihre Macht und Herrschaft dem Tier geben. Und dann wird es wirklich so scheinen, als ob Daniel 2 fällt, als ob sie wirklich zusammenhalten werden. Sie werden mit dem Lamm mit Jesus Krieg führen. Und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. So wie damals, als die Sadduzeer und die Pharisäer, die Römer und die Juden, Herodes und Pontius Pilatus, alle Freunde wurden, werden, auch wenn wir es jetzt nicht glauben wollen, Nordkorea und Südkorea. Russland und Amerika. All die verschiedenen Nationen zusammenkommen im Kampf gegen das wahre Gesetz Gottes. Und dieses Evangelium vom Reich, von der Königsherrschaft Gottes, die auf seinem Gesetz basiert, wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für allen Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. In Episode 3 haben wir gelernt, dass kurz bevor die Sintflut kam, war sieben Tage vorher die Tür geschlossen. So wird kurz vor dem Ende ein Befehl ergehen im himmlischen Allerheiligsten. Dass jeder Fall entschieden ist und das Ende nahe ist. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, der verunreinigt sich weiter. Der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Die ganze Welt hat gesehen, wie Gott ist. Und viele haben sich dagegen entschieden. Und dann kommt das Ende. Und wie das sein wird, sehen wir nach der Pause. an, wie Gott wurde vom Warrior, mit dem 끝ineinander. Und dann sind wir zum Begriff´s, blockieren und zusammen mit Fasch und Gruppen. Gut in den Augen. Und dann werden wir輕 in der Vielen Dank.